Also hier gibt es auf jeden Fall noch was zu finden und vorher werde ich auch noch nicht weiter gehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo, da muss ich nochmal alles absuchen, nützt ja nix. Hier war auf jeden Fall irgendwo noch ein Safe. Hier war es nicht. Muss das ein tiefer gewesen sein. Moin Nils, hallöchen. Moin Nils, box. Da möchte ich unbedingt rein, genau. So, jetzt warten wir bis ich knackig braun bin. Natürlich nicht. Ich finde trotzdem irgendwie den Safe nicht wieder. 10 Minuten bei 230 Grad, das klingt nach einem Plan. Ironic. Werde ich gleich mal gucken, ob sich das einstellen lässt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ha, so Ich glaube, ich hätte die auch retten können Dieses Mal muss es klappen Ich bin sicher, die Sosierung stimmt Und ich habe nur eine einzige Chance Alle festen Zutaten, darunter die Aluminiumsalze, gemeinsam zermahlen Etwas Eiweiß hinzufügen, zwei Wochen Lichtgeschütze Und Tresor, eine halbe Spritzenladung Wenn Dr. Hypatia bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen Aber seit die Garde Okay Ich glaube, ich hätte die auch retten können Naja, okay, es ist passiert Wir gucken nochmal eben Ich glaube, so an Gegenständen haben wir mittlerweile so ziemlich alles gefunden Da fehlt nur noch eine Rune Und das ist die im Keller Also muss ich jetzt mal gucken, dass ich speichere Und dann von ganz oben irgendwie versuche, darunter zu kommen Das wird heikel Herrlich Ähm, ich spiele Die werte Dame Aber ich hätte lieber den Macker genommen Aber Ich ziehe das jetzt trotzdem erstmal mit ihr durch Wieso habe ich Hamilton-Schlüssel nicht? Kann er nicht angehen Kacke Was bin ich da jetzt rein in die Scheiße? Bin doch irgendwie auch ganz nach oben gekommen Zu dem Kack So Bin ich hier rüber, ne? Okay, muss ich hier rüber Okay, ist in Ordnung Heike kein Problem mit So Okay Okay Das sieht nach einem langen Abstieg aus Oh, da hat wohl einer ziemlich viele Leichen im Keller, wa? Ha, 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 ha Witzig Witzig Schwupp Fundbüro Wer es findet, darf es behalten Das wäre was trocken Und Oh, nice Nice Weiß zwar noch nicht genau, wie ich hier wieder rauskomme Aber das werden wir wahrscheinlich gleich auch rausfinden Gar nicht Spiel beendet Wieso gibt es da hinten noch einen Knochen-Art-Fakt? Nein, da waren ja so Ich glaube, ich weiß schon wie Chewbacca So Muss ich gerade sagen Gibt es doch so Knöpfe Die sind da ja nicht ohne Grund Ne? Okay Das Gesundheitstournikum brauche ich nicht Mal gucken Megan Foster Geht das hier überhaupt raus? Muss ich mal schauen Ja Ja Und Hallo Erstmal an alle neuen Viewer Die noch nicht hier waren Die mich noch nicht kennen Ich hoffe, der Scheiß gefällt euch Den ich hier fabriziere Falls euch der Scheiß gefällt Lasst ein Follow da Seht, wann ich live bin Wenn ihr mal gucken wollt Was ich sonst noch so für Spiele gespielt habe Mittlerweile Und ich glaube, da fehlen sogar Oh, Fail Fail Da fehlen sogar noch ein paar Dann guckt ihr unten in der Kanalbeschreibung Falls ihr euch das Honor 2 noch günstig holen wollt Für 33 Euro Klickt ihr einfach unten auf das Instant Gaming Banner Hier gibt es das nämlich für 33 Euro Ich glaube sogar noch mit Vorbestellerbonus Oh, da ist sie Benni Danke für dein Follow Und herzlich willkommen in der Gemeinde Was liegt da denn? Da haben wir doch irgendwas YouTube-Kanal gibt es auch Zum Stream Ist das Eine Reflexion? Oder ist da was im Wasser? Ich gehe mal gucken Das sieht nach Reflexion aus Reflexion Des Mondes Mondes? Sonne? Mond Ist zwar kein Mond da Aber der reflektiert Nee Bei dem Preis Kann es nicht meckern Ehrlich So Dann werden wir mal zu der werten Dame Da unten gehen Ich habe zwar jetzt Ein so ein Runenknochen-Ding Liegen lassen Aber es passt schon Das geht Denk WB Einmal zu Dreadful Whale Runde Lampe Habe ich jetzt hier nicht gesehen Mustafa Danke für dein Follow Und herzlich willkommen in der Gemeinde Das Wasser sieht so geil aus Jetzt mal ohne Scheiß Das sieht schon echt top aus